Fastbear Nights hat ein richtig umfangreiches Update bekommen. Und wir haben Licht. Ja, ja, das auch zusätzlich. Also, folgendes. Ist der Cache ein bisschen anders jetzt? Weil du hast jetzt die Möglichkeit, ganz normal zu spielen oder den Legacy-Modus, also so wie es vorher war. Ist das ein bisschen... Alter, warte, das ist... Nein. Das ist mir zu heftig laut gewesen. Let's party! Zu laut gewesen, zu laut gewesen. Nee, 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 nee. Ich brauch meine Ohren noch. Bei Zeiten. Und hier. Okay, das ist so wie immer, glaub ich. Coined machen. Ähm, was ich sagen wollte. Kann sein, dass vieles noch so aussieht wie vorher. Ich glaub, das war auch so vorher. Aber irgendwas haben die schon hinzugefügt. Ich hab aber irgendwas mit E-Stacks oder so. Gelesen. Fortune Spinner! Ja, der spinnt ja hier, der Fortune Spinner. Ja. Jetzt kommt gleich Jobs-Care. Office. Ich hab ein bisschen Bedenken hier vor dieser Tür. Oh, lol. Wir haben schon... ...500 Once. Also, das U. Okay, dann sind die Kameras eigentlich relevant. Die drei hier. Die hier. Blab, blab. Okay. Und Fax. Okay, 15 und 5. Das ist relevant. Wir haben hier. Fyrex. Geh schnell auf. Geh schnell auf. Wenn ihr euch auf Fassbinder als gefällt, gerne Kanal abonnieren und das Video teilen. Orange krieg ich auch nicht. Bin aber Furthy. Furthy bin ich hier, hey. Seht's jetzt aus. Aufweise. Oida. Ist das hier voll Pflasse mit... ...Bildern. Okay. Die... ...stehen immer nur rum. Das ist schön. Ich glaub, die sind auch ganz schön schnell dann. Also von dem her. Restroom. Aber das ist Private. Da ist nix. Da schaut's mir mal. Also kann ich mich theoretisch... Das ging bei Creepy Nights at Freddy's. Ach, kann ich mir da rein. Ich glaub, die sehen mich hier dann. Schade. Wär aber lustig, wenn ihr mich einfach da verstecken könnt und... Ja. Die machen da nix mehr. Und hier. Chips. I think. Okay, alle noch deaktiviert. Deswegen... ...ge ich jetzt erstmal... ...weit, weit weg. Oh, Gottes Willen. Der wird auch aktiv. Gar kein Bock drauf. Gar kein Bock drauf, dass der aktiv wird. Nee, nee, nee. Das wollen wir nicht. Hm, 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 hm. Warte mal. Lass mich nochmal kurz zurückrennen. Hoffentlich kommt da jetzt niemand. Das ist Faxi. Das ist Schäfe Faxi. Sollte jetzt nicht so weit... ...rennen. Haff! Ah. Private. Geht nicht auf. Möglicherweise noch nicht auf. Wer weiß. Irgendwann bestimmt. Aber jetzt sollte ich ins Office rennen. Ich brauch einen Überblick. Einen Überblick. Wo die Sonne... ...und rennt wahrscheinlich gleich in einen rein. Das ist nicht sehr fein. Nein, 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 nein. So, lass mich mal da. Lass mich mal da. Was tun wir hier? Nix. So. I'm back here. So, wo seid ihr? Ah, lol. Halb vier? Und die stehen nur rum? Hä? Okay. Äh, why not? Homecooking 101. Quick Rise. Final Rises. Irgendwas anderes hier. Kann man sonst noch was lesen? Okay, das ist cool, dass... Ich kann mal da nach... Hier bleibt... Ich glaub, das Storsten auch. Ah, warte, 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 warte. Wichtig sind diese drei Kameras. Wenn ich ihn hier seh, dann ist es kritisch. Wo ist er denn? Okay. West Dining Room. Oh na, vier Uhr in der Nacht. Das ist ja die mittlichste Nacht ever. In Fast Bear Nights. Wenn ich diese Tür nicht aufkriege. Egal. 48% Strom. Ich verbrauche ziemlich viel Strom, by the way. Chica ist auch weg. Wo ist Chica? Was war das für ein Sound? Ich meine, ja. Direkt neben mir ist Barney. Im Price Corner. Wo ist Chica? Kann ich irgendwie schnell auszappen bei den Kameras? Nee, ich glaube nicht. Also wenn ich es Chica nicht finde, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein klitzekleines Problem. Ich Chica nicht finde. Haben wir halt fast fünf Uhr. Boom. Achso. Ach, da ist Chica. Okay. Okay. Wo ist Barney? Da ist Chica. Das triggert mich, wenn ich es nicht sehe. Das triggert mich a little bit. Ganz ehrlich. Hallo. Wo seid ihr? Ach, wisst ihr was? Ich habe kaum Bock. Ich mache ihr einfach zu. Ich hoffe, die Türen bleiben auch zu. Bis sechs Uhr, please. PLZ. Ausrufezeichen. Was rauscht da so komisch? Oh. Ah. Wo sind die jetzt? Müsst du jetzt deaktiviert sein? LOL. Hallo. Egal. Das war die erste Nacht. Die erste Nacht. Ja, ja. Continue, continue, continue. Weiter machen, weiter machen, weiter machen, weiter machen, weiter, 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 weiter. Nacht zwei. So schaut's aus. Hat sich das Farbiker geändert? Nein, äh. Der Tags von Night. Nee, ich glaube nicht. Irgendwann gehen die Türen bestimmt auf. Muss ich irgendwie manche Arcade-Automaten irgendwie anmachen in einer bestimmten Reihenfolge? Oder ich denke schon wieder zu weit da rein. Das könnte sein. Ich glaube, ich denke einfach zu weit da in das Ganze rein. Ja, 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 ja. Erstmal wieder ins Office. Weil da fühle ich mich safe. Irgendwie. Habe ich hier? Naja, da habe ich schon eigentlich schon. Hallo. Ali, hallo. Hallo, hallo. Da ist wieder Arcade. Change. Aber Fire Exit. Okay, dann ist hier das Office. Ah! Das geht auch irgendwann auf. Ich kann es nicht auf... Das habe ich ganz vergessen, by the way. Okay, du bist noch nicht aktiv. Okay. Weil angeblich kannst du so stallen. Wenn er auf der Kamera bleibt. Nee, das ist nur das... Das ist nur die Bildübertragung, die gerade rumspinnt. Bild, 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 Bild. Bild, Bild. Übertragung. Blub. Blub. Nix los. Nix. Null. Boah, ja, gar nicht so... Warte mal. Und... Würde ich lieber erstmal kurz auf die Kammer schauen, weil es das einfach... Das passt. Das passt. Hallo. Ich mache einfach mal an. Maximum Stromverbrauch. Ich bereue es gleich. Ist wahrscheinlich einer weg. Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Hallo. Hallo. Pizza. Bitte, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Ja, die sind immer noch da. Ich bestelle ihn nicht abgeholt. Ich soll wieder eins aufhiss. Das wäre... Ja, 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 private. Hi. Hi. Nicht gut. Gar nicht gut. No, no, no. Not gut. Not gut. Äh. Brenne ich ihn hin? Da. Not gut. Bani ist er schon weg. Ja, den muss ich starren. Den muss ich starren. Aber sowas von. Mhm. Bist du hier? Alter, schau mich nicht so an. Oh, das war grad nett. Der ist wichtig, der Kollege. Rundumblick. Wobei, wenn ich jetzt gesehen hätte, dann wäre es eh schon zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Wo ist der? Ah. Okay. Da sind beide. Sehr schön. Die gehen jetzt einfach... Die gehen einfach nur hier rum. Gut. Dann stall mal den mal kurz den Kollegen. Weil ich glaube, ich mache dann lieber beide Türen zu. Falls er losrennt. Äh, die gehen beide in die Hall rein. Also, okay. Da können wir es noch kurz lassen. Das Schicker da rein. Achso. Hört mal auf mit den Sounds hier. Boah, geht nicht. Alter, also. Da ist dann immer so ein komischer Sound dann. Schicker ist da. Okay, ich habe schon noch... ein bisschen Zeit. Alter, ist Schicker. Die müsste jetzt dann wieder in die Richtung marschieren. Barney wäre jetzt dann kritisch. Da geht es da lang. Alter, das war so knapp. Alter. Gerade, dass du so auf die Tür drückt. Ist der jetzt echt... Nee, oder? Kann der es von der anderen Seite... Warum ist es gerade hell geworden? Why? Oida. Oida. Oopsy-disi. Boah, das war knapp. Wo sind sie? Weißt du was? Screw? You. I hope. Das reicht aus. Dass ich ein paar Minuten... Äh, ein paar Spielminuten zumachen kann. Please. Wenn es Fax kommt... Habe ich ein Problem. Ha! Sehr schön. Das war Nacht 2. Und wo sind die? Ich glaube, die sollen eigentlich dann... da stehen bleiben, wo sie eigentlich waren. Pretty much. Das war... Nacht... 2. Oida. Okay, damit lasse ich es erstmal gut sein. Wir schauen auf jeden Fall nochmal weiter. Aber saugeil gemacht bisher. Und damit bedanke ich mich für's Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.